hallo und ich freue mich zurück zu sein hier auf dem flughafen wo wir im stress sind ja hier kommt gerade die magic rein die freut sich jetzt da sehen wir sie schon sehen sie immer noch nicht und ich versuche hier irgendwie alle irgendwie ein bisschen unterzubringen damit die das machen aber ich weiß noch nicht genau was magic 017 continue taxi nein 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 das ist das falsche was machst du so etwas passieren fehler los angeles tower value eight five five two requesting push and start magic 017 continue taxi continue taxi magic 017 wie schaut es hier aus value 2217 continue taxi continue taxi value 2217 ok hier kommt er gerade rein das heißt sobald der draußen ist kann man jetzt viel der 22 runway 25 right clear for takeoff upon reaching altitude 500 contact departure runway 25 right cleared for takeoff upon reaching altitude 500 contact departure field air 22 genau das habe ich gesagt man lernt es relativ schnell auswendig was für sprüche man hier sagen muss leider aber sehr gut wie schaut es aus jetzt hier was ist hier los du hebst ab genau white sand 915 runway 25 right line up and wait runway 25 right line up and wait runway 25 right line up and wait white sands an unseren ankünftigen die sind noch ein bisschen weg aber der will auf dem 24 rechts runter also sagen wir ihm er darf vierter 2445 runway 24 right clear to land runway 24 right clear to land field air 2445 und ja natürlich mache ich mich ein bisschen darüber lustig wie sich das anhört alles also ich bin echt erstaunt also es benutzt ja die normale windows sprach recognition in dem fall sprach keine ahnung was das deutsche wort ist und es funktioniert überraschend gut muss ich sagen also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt ich dachte das versteht weniger leslie 321 pushback approved expect runway 25 right okay hatte automatisch gemacht das war aber knapp das war mehr als knapp jetzt muss ich hier oben mal ein bisschen aufräumen den ellie 703 runway 24 left clear for take off operant reaching altitude 500 contact departure runway 24 left cleared for take off upon reaching altitude 500 contact departure denali 703 los angeles ground leslie 321 ready to taxi er hält an sehr gut leslie 40 runway 24 left line up and wait runway 24 left line up and wait runway 24 left line up and wait leslie 40 leslie 118 pushback approved expect runway 24 left ground 24 left pushback approved leslie 118 das einfliegende haben wir auch sorry ich versuche hier gerade aufzuräumen aber irgendwie komme ich so ein bisschen schlecht hinterher habe ich so das gefühl leslie 321 continue taxi ich schicke jetzt alle über b das ist mir egal bzw ich sollte eigentlich die beiden über b über c schicken vielleicht auch noch den hier und die hier über b ich denke wo musst du denn hin du musst ganz hinten hin und dann schicken wir auch mal kurz raus taxi to terminal via delta value 29 85 los angeles tower leslie 18 55 with you runway 24 right dann schlick der jenke los angeles ground leslie 118 ready to taxi now leslie 118 runway 24 left taxi via echo runway 24 left taxi via echo leslie 118 das gibt so ein bisschen grangel dann wahrscheinlich da vorne aber es ist mir egal wie schaut es hier aus fielt er ich habe vergessen leute los zu schicken also ein bisschen schlecht schauen wir mal ob es gut landet die auf rechts landet die white sand 915 runway 25 right clear for take off upon reaching altitude 500 contact departure runway 25 right cleared for take off upon reaching altitude 500 contact departure white sand 915 los angeles magic 3017 continue taxi continue taxi magic 3017 und hier hinten ging es auch ganz gut aus hier steht mir alle im weg das problem ist nämlich der spaß muss hier rum und deswegen ärgerlich kriege ich die da irgendwie nicht raus was bist du denn value 8991 runway 25 right line up and wait ok also ich kriege so langsam hin dass die ihr zeug mal schaffen magic 3163 runway 25 right ja eben magic 3163 pushback approved expect runway 25 right value 001 runway 25 right ich lasse ihn jetzt auch darüber laufen damit wir hier mal ein bisschen los bekommen wie schaut es hier aus wo ist unser anderes hier kommt gerade die viel der rein das passt also dann können wir danach hier oben glaube ich mal ein bisschen aufräumen und dann im takt lassen wir die einfach mal starten wie so verrückte ich denke das ist das sinnigste der fährt hier rein das macht ihm also nicht was ist mit dir ich habe ich push push gepäckte du bist auch push gepäckt los angeles ground magic 340 runway 24 left clear for take off upon reaching altitude 500 contact departure taxi to terminal taxi to terminal field air 2445 ja da kann ich einfach so hin taxi value 001 value 001 continue taxi continue taxi value 001 leslie 3248 pushback approved backpack runway 25 right outlet los angeles los angeles ich weiß auch gar nicht nur das alles funktioniert dass hier richtig ihr richtigen warte mal value 22 17 runway 24 left runway 24 left value 2217 value 22 17 runway 24 left line up and wait Value 8552, Pushback Approved, Exact Runway 24 Left Wir haben hier schon wieder welche reinkommen Leslie 1885, Runway 24 Right, Clear to Land Nein, nicht Enter Final Ich weiß gar nicht, was Enter Final bedeutet Leslie 1855, Runway 24 Right, Clear to Land Danke Leslie 80, Runway 25 Left, Clear to Land Runway 25 Left, Clear to Land Leslie 80 Oh ho 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 Los Angeles Ground Leslie 3248, Ready to Taxi Field Air 2445, Continue Taxi Ich weiß gar nicht, wie viele vor ich jetzt gesagt habe Value 8991, Runway 25 Right, Clear for Takeoff Open Reaching Altitude 500, Contact Departure Runway 25 Right Cleared for Takeoff upon Reaching Altitude 500, Contact Departure Value 8991 Das ist mit dir Magic 3163, Continue Taxi Continue Taxi Magic 3163, Leslie 3248, Continue Taxi Das ist super Und dann kommen wir hier Leslie 47, Runway 25 Right, Line Up and Wait Runway 25 Right Line Up and Wait Leslie 47 Magic 6487, Runway 24 Right, Clear to Land Ich sag's ja, es wird stressig Es wird wirklich richtig stressig Bisher ist noch nichts passiert, Gott sei Dank Ich kann leider nicht viel reden Aber das ist auch ganz gut, weil ich kann nicht reden Von dem her passt das eigentlich Du bist am Abheben, du bist drüber Ich krieg die hier nicht schnell genug raus Ich muss Value 8552, Runway 24 Right Runway 24 Right, Value 8552 Äh, wo musst du hin? Du musst da hin Ja, okay, das ist okay Du fährst jetzt da außen rum Das heißt, den können wir nämlich warten lassen Jetzt kommen hier aber zwei rein Deswegen darf ich jetzt nicht wieder einen los schicken Ähm Wo bist du? Ja, 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 ja Kann ich nicht los schicken Direkt danach kommt noch einer rein Eieieieiei Jetzt wird es hier aber crowded Mal schauen, wie viele hier stehen dürfen Ich kann theoretisch auch ein paar Airplanes deliten Ja, nee, grad nicht Value 3072 Pushback Approved, Expect Runway 24 Right Ground, 24 Right, Pushback Approved Value 3072 Ich versuche die jetzt alle irgendwie nur Mal so ein bisschen rauszubekommen Das Problem ist nur, ich kann die hier nicht alle rausbekommen Ja, der nächste ist schon da Und du bist wahrscheinlich auch schon Arbeit im Anflug Ich schaue mal, ob ich den da rauskriege Auf der einen Seite dabei Value 2217 Runway 24 Left Clear for takeoff Upon reaching altitude 500 Contact Departure Das ist jetzt mal ein bisschen Ein kleiner Test Ich bin mir nämlich absolut nicht sicher, ob das funktioniert Ob, ob, äh, oder ob er da Dann richtig böse wird Auf mich, wenn ich Auf der einen Seite landen lasse hier Und drüben kommt er gerade Wobei, endlich sollte das weit genug sein, oder? Ähm, ich hab zumindest keinen Minuspunkt Das heißt, wir können da starten und landen lassen, wo nichts reinkommt Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mein Gott, rede ich viel über viel, ne? Das ist schlimm Das geht also Lesley 1855 Taxi to Terminal Taxi to Terminal Lesley 1855 Lesley 18 Lesley 118 Lesley 118 Runway 24 Left Line up and wait Runway 24 Left Runway 24 Left Line up and wait Lesley 118 Value 8552 Continue Taxi Warum auch immer du das spießt Value 3072 Continue Taxi Okay, es ist gerade schon wieder eingelandet Es ist eingelandet Da drüben, wusste ich gar nicht Okay Lesley 47 Runway 25 Right Clear for takeoff Upon reaching altitude 500 Contact Departure Runway 25 Right Cleared for takeoff Upon reaching altitude 500 Contact Departure Lesley 47 Ich will euch weg haben hier aber ganz schnell Der gibt Gummi Magic 017 Runway 25 Right Line up and wait Runway 25 Right Line up and wait Magic 017 Ich weiß nicht, ob das Kann ich zwei gleichzeitig starten lassen So deep aneinander So, und dann Ich glaube mal nicht, oder? Das wäre ja schon ziemlich gefährlich Naja, wenn ich ihn nach rechts abdrehen lassen würde Wo ich aber den Befehl nicht kenne Ich scroll gerade hier auf meiner Seite Leider scrollst du dann automatisch auch Rein und raus auf dem Bildschirm Schauen wir mal Was? Die Hälfte der... Ähm, okay Okay Okay, dann können wir jetzt mal Überhaupt nicht sagen Weil ich die Leute hier mal reinlassen muss Was ist Paff? Ich habe keine Ahnung was Paff ist Paff Paff Ich Paff Paff hier mal vor mich hin Paff Päthians? 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 Päthians 0 4 Päthians 2 0 4 Ich habe keine Ahnung wie man euch ausspricht Äh, du willst auf 2 4 rechts landen Äh, clear to Land Sand Okay Päthians Value 7523 Runway 25 Left Clear to land Runway 25 Left Clear to land Okay, ihr seid also eigentlich alle soweit Okay Hier drüben kommt der hier rein Ähm Der kommt auf dem hier rein Los Angeles Tower Leslie 562 with you Runway 25 Left Funktioniert das? Oder gibt es jetzt böse böse Minuspunkte? Wo stehst denn du? Ah, du stehst schon ein bisschen knapp davor, ne? Wir werden sehen, wenn es jetzt Minuspunkte gibt Dann haben wir Pech Magic 017 Runway 25 Right Clear for take off Oh Magic 017 Runway 25 Right Clear for take off Runway 25 Right Clear for take off Magic 017 Den Puff kriegen wir auch nicht mehr Runway 25 Right Magic 017 Jetzt probieren wir noch Probieren wir zwei startende Flugzeuge gleich Leslie 118 Runway 24 Left Clear for take off Okay Runway 24 Left Clear for take off Leslie 118 So, ich krieg euch nicht Ich krieg ich irgendwie nicht mehr raus Das ist echt ein bisschen ärgerlich Ärgerlich Ähm Du stehst da auch schon eine Ewigkeit Wir sind mal hier Leslie 321 Runway 25 Right Line Up and Wait Aber ich glaub die kommt dann so ein bisschen raus Wenn ich die Magic 3009 Pushback Approved Expect Runway 24 Left Tower 24 Left Pushback Approved Magic 3009er Los Angeles Tower Field Air 768 Requesting Push and Start Leslie 1855 Continue taxi Continue taxi Leslie 1855 Los Angeles Tower Magic 5463 With You Runway 25 Left Leslie 7906 Pushback Approved Expect Runway 25 Right Los Angeles Tower Leslie 7906 Requesting Push and Start Ground 25 Right Pushback Approved Leslie 80 Continue taxi Leslie 80 Taxi to Terminal Leslie 80 Taxi to Terminal Leslie 80 Taxi to Terminal via Romeo Leslie 80 Leslie 80 Taxi to Terminal via Romeo Leslie 80 Los Angeles Tower Magic 3009er Ready to Taxi Magic 6487 Taxi to Terminal 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 Ich glaub der fährt da einfach eins weiter Probe ich mal Los Angeles Ground Leslie 7906 Ready to Taxi Was haben wir ein Problem Magic 3009 Continue Taxi Magic 3009 Continue Taxi Jawohl Leslie 7906 Continue Taxi Continue Taxi Leslie 7906 Oh wen kann ich einschneiden Value 8552 Runway 24 Right Line Up and Wait Value 3072 Continue Taxi Ah die halten hier an weil die anderen Flugzeuge hier rüber landen Das ist die Lade Siehste der ist hier hinten rüber gefahren Jetzt aber hier kein Platz mehr war Intellenter Typie Hat er gut gemacht Jetzt hab ich da oben alles frei aber hier unten überhaupt nichts mehr Leslie 321 Runway 25 Right Clear for Takeoff upon reaching altitude 500 Contact Departure Runway 25 Right cleared for Takeoff upon reaching altitude 500 Contact Departure Leslie 321 Die mache ich jetzt mal so weil es schneller geht Roger Good day Have a nice day Magic 2163 Runway 25 Right Gut das war die falsche Nummer Magic 3163 Runway 25 Right Line Up and Wait Runway 25 Right Line Up and Wait Magic 3163 Das ist richtig Das ist richtig Ja 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 Und bevor es den nächsten Start nach oben gibt Weil wir haben jetzt auch schon wieder 20 Minuten fast gespielt Ähm Sag ich erst einmal Ciao und Danke fürs Zuschauen Ich hoffe ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei Ich bin's Glaube ich Hab da so eine Vorahnung dass ich nächstes Mal wieder dabei bin Vielleicht Vielleicht Sehen wir uns nochmal Vielleicht hören wir uns nochmal Sehen ist schwer Aber ich bin hier oben im Tower Äh Noch ein paar Minuten bis zum nächsten Unfall Und dann Bis dahin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal